Immer noch im Osten sind wir an der Ranell-Spitze, im Ranell-Gebirge, beim Jacques-Heinz-En. Jacques-Heinz-En! Gucken wir mal, was uns dort erwartet. Ausbruch. Jacques-Heinz-En schreiben, okay. Mhm. Okay, I see this, I see that. So, ich kann... Hier drauf? Nein, oder? Nein, kann ich nicht. Okay, 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 okay. Cool, 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 cool. Das ist die Frage, wo ich rein muss und wo nicht, in welche Löcher es. Ich schätze einfach mal, ich muss nach oben, also werde ich das Ganze hier mal ganz cool machen. Nein, falsch. So, hoch geht's da rüber. Du... Du... Na? Okay. Kann ich auch gleich noch machen. Der hat keine Relevanz in dem Kopf. Ich will nicht... Oh, na. Komm und zie, komm und zie, komm und zie. So, jetzt muss ich nur noch kurz gucken, ob da eine Truhe noch ist. Nein, okay. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können, dass sie da drin ist. So, als kleiner, hey, guck mal, du hast hier nicht geguckt, du Arschloch. Hier gibt's keine Ruhe. So. Mhm, mhm, da ist es. Ach, und so eine leichte auch noch. Mensch, die nehmen wir. Gott, langer Zustand. Was soll ich denn mit so einem Scheiß? Ja, was soll ich denn mit? Was soll ich denn mit? Okay. I see, I see, I see. Ich hab nichts, um das zu beschweren, aber vielleicht reicht es ja, wenn ich es so hinstelle, dass ich nicht damit umkippe. Ich wollte gerade schon überlegen. Da braucht man gar nicht fancy sein. Sonst noch irgendwas? Das wird da alles irgendwie so simpel. Na gut. Oh ja, entspannter Schrein, ne? Aber nicht immer schwierig, also eher so fünf. Fünf bis sechs von zehn. Okay. Okay. Okay.